Scheiße, Freunde, ich hab mich grad so gefreut. Verdammte Scheiße. Jetzt hab ich meinen Kackton nicht angemacht. Jetzt hör ich mich noch drauf und dreifach. Egal, Freunde, ich freu mich dabei zu sein. Ich wiederhole alles. Das ist Double Time. In diesem Sinne müsst ihr meiner Sprache folgen können, weil ich der Einzige bin. Moment, der da ist. Also, ich bin Wendwalder. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Spasti, aber ist nicht so schlimm, weil meine Mutter mag mich. Also, Freunde, wir sind da. Wir haben Bock. Wir gehen auf jeden Fall in Warzone rein. Ich bin mega gespannt. Mal sehen, wie es heute wird. Vielleicht kriegen wir ihn mal hin. Wer weiß. Ja, mal gucken. Wir sind da auf jeden Fall. Guter Dinge. In diesem Sinne, ihr kennt doch den Spruch. Sei kein Dummi und nimm Gummi. In diesem Sinne, Bussi. Ah, ja. Das ist schön. Schön, erst mal einen Sprachfehler drin gehabt. Das ist schlimm, weil das... Rateschlatz, einen wunderschönen guten Abend. Raids, auch wieder dabei. Es geht hoch. Lange nichts von dir gehört. Schön, dass du dabei bist. Niklas, einen wunderschönen guten Abend. Ey, ich werde nicht. Ich muss dir noch was sagen. Okay, sag mir was. Ist kein Problem. Was müssen wir denn sagen? Äh, da ist der Mute. Äh, da ist der Mute. Ja, okay, das haben wir jetzt geklärt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschalten habt, meine lieben Hasen. Es ist so wunderschön. Ich glaube, ich muss kranken. Ne, alles wieder gut. Okay, Freunde. Ich muss in die Kamera reinhören. Bussi. Ja, auf jeden Fall, äh... Digger, DHTTV, ich glaub's nicht. Tu es auch wieder dabei. Schön, dass du eingeschaltet hast, mein Lieber. Solange Mama stolz ist, ist die Welt doch wunderbar. Ja, so sieht das doch aus. So seh ich das auch. Äh, so behalten wir das auch bei, meine Hasen. Ja, ist alles schön und gut. So, genau so muss das auch sein. Ja, Glas Milch. Da haben wir's wieder mit dem Glas Milch. Nein, ich scheiß mich davon weg. Das machen wir nicht mit dem Glas Milch. Das hatten wir doch schon längst geklärt, oder nicht? So. Sorry für den Flötenspam letztens. Hat mich schlecht gefühlt. Oh, Mensch, das ist gute Einsicht. Finde ich gut. Äh, es sei dir verziehen. Alles gut, mein Hase. Ist alles gut, alles gut, alles gut. Ne, gehörst ja irgendwo mit auch ein bisschen zur Familie. Alles gut, mein Lieber. Jeder hat mal irgendwie einen Durchhänger. So, wen haben wir denn noch, wen darf ich denn noch begrüßen? Auf jeden Fall DHT-TV. Digga, den Namen hast du weg, da kann man nichts dran ändern. Das ist einfach so, wie es ist. In diesem Sinne. Freunde, wollen wir rein starten? Oder habt ihr noch irgendwelche Sorgen unter Anträgen, die ich mal ganz was beantworten soll? Ich bin für jede Schandtat offen. Bitteschön. Wenn, dann jetzt. Richtig. Das hast du gut erkannt, Niklas. Ja, Alter, ihr müsst euch das wieder verdienen, Freunde. Das ist, ähm, muss ich euch nochmal ganz kurz sagen, Anekdote am Rande. Ich mag euch alle, ich hab euch alle lieb, aber ihr müsst mich auch ein bisschen verstehen. Äh, ich hab diese Emotes eingeführt, sie sind kostenfrei. Ich finde, man sollte es, weil wir jetzt noch relativ klein sind, nicht, äh, was hab ich jetzt hier in der Hand, nicht, äh, missbrauchen. Und deswegen habt ihr letztes Mal ein bisschen Spaß gemacht mit mir. Fand ich, ist, ist ja auch alles schön und gut. Aber, wie gesagt, wenn ich spiele oder sowas, dann ist es halt, oder wenn ich eine Ansprache mache und euch gerne begrüßen möchte, weil ihr seid mir ja wichtig, das sag ich euch ja auch ganz klar, dann ist es einfach so, dass ich halt nicht gestört werden möchte. Na gut, ich kann das auch ausblenden in dem Moment, aber ich will's halt nicht, weil ich möchte euch irgendwie auch freie, ähm, freie Gewalt darüber lassen. Deswegen hab ich euch das so, ach, Ratteschlatz, da haben wir doch mal einen schönen Emote drin. Hör mal, das ist doch ein Van-Valder-Emote, oder nicht? Uuuuh, kapau, Digga, kapau, so schön, so, Liebe geht raus, ja, zurück. Freunde, was halten wir davon, wenn wir erstmal rein starten und mal gucken, was abgeht? Ich bin der Scheer im Haus, ich darf machen, was ich will. Ich darf sowieso alles machen, was ich will. Digga, danke für dein Abo, ich dreh durch, das ist ja wunderschön. Oh mein Gott, ich muss keulen, ich muss auch, äh, keul nicht, ich wollt nicht keulen, sondern ich wollt heulen sagen. Mensch, Niklas, Dankeschön für deinen Support. dankeschön du bist ein schatz mein gott einer was soll ich machen ich habe ich kann nicht weißt du wollt ihr mich verarschen das gibt es ja gar nicht mein gott da muss ich die flöte erst mal untersetzen movement ist gerade richtig für den arsch so ok ich habe ein ko geil abschluss bestätigt der ist auf jeden fall tot der guy so da haben wir schon mal einen kill für nass für nichts tun finden wir gut wenn wir den hier hör auf das rumzustellen kein mensch hat nicht verstanden rede deutlich bitte hat mir gerade die flöte vorgeschlagen aber ich sag nein nicht viel was geht hier so ab ja alles mögliche so ich kann jetzt nicht mehr auf ich mich nicht bewegen im stream was soll das abrakadabra danke für ein abo der dankeschön korrekte scheiße alle ihr seid nicht noch mal man hier macht mich doch fertig ich krieg direkt wieder herr morin unglaublich schatz kann für direkten termin beim proktologen buchen es geht wieder los ja nein 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 das hat er nicht verdient das hat er nicht verdient das ist schlecht kürzten aus dürfen ja dankeschön neues abo geil ich habe angst bleib da wo du bist bleib da wo du bist du wirst du bist du bist du bist ein spaß hier und jetzt stirbst du tschuldigung excuse me i'm too loud but that's me nein das war nichts für dich mein freund so das könnt ihr gerne mal clip meine hasen Bleib ruhig. So. Wo ist er? Ist er runtergesprungen wahrscheinlich, ne? Ähm... Hör auf jetzt Pustekuchen zu sagen, das nervt. Nein, Korones, das kenne ich. Jim Appel? Van. Wie war der denn drauf? Was ist das für eine Frage, Mann? Was willst du? Rede Deutsch. Konzentrated. Pustekuchen, Pustekuchen, Bro. Nein, aber daneben. Voll daneben gezimmert. Ja, okay, mach ich nicht. Digga, danke für 100-Bit-Keule. Ich muss mich gerade konzentrieren, es tut mir leid. Wow! Ich hab das ganze Team geholt. Oh mein Gott. Unglaublich, da ist man ruhig. Da beug dich vor Van. So wär das gemacht, mein Freund. Alter, komm, er labert nicht. Ich bin der Sniper-Gott. Ich mach mich nackig für dich. Kennt ihr diesen Van Walder, der nur Headshots gibt? So sieht das nämlich auch. Keine Chance. Ja, da ist der Win, mein Freund, da ist der Win, meine Freunde. Da ist der Win, Mann. Erste Runde. Ja, gut, zweite Runde. Ja, hier kommen wir jetzt. Ja, wir sind beim Dach hier bei uns gerade. Shit. Ja, Digga, ey. Wenn ich jetzt wieder gestorben wäre, ne? Ohne Witz. Digga. Ich hab' auch bei mir. 24 Meter, drei Leute, vier Leute vor uns. Meine Richtung. Komm, einer hoch. Einer tot. Oh mein Gott, wie hab' ich den bitte grad gelasert? Digga, was ist das für eine Kackwaffe? Ich treff' gar nichts mit der Waffe. Oh, Digga, mein Gott, was war das denn Schuss? Für ein Schuss in der Luft hab' ich ihm Headshot gegeben mit seinen scheiß Falschirren. Da hinten sind noch voll viele Keule. Hier, Alex, hier. Hier landet wieder einer. Weiß nicht wo genau. Da sind auch noch... Einer ist down, einer ist down. Scheiße, die heilen... Fuck. Aber wo seid ihr, wo seid ihr? Kann mich irgendwann sehen? Kann mich irgendwann am Dach aus? Ne, ne? Ja, da hinten ist einer, okay. Hab' ich ihn gesehen, hab' ich gesehen? Ja, ja, hab' ich ihn gesehen. Sheetbreak, One-Shot. Sollte von uns einer rein, hier? Mach' doch die Tür zu, Digga, ist einfacher. Okay, Digga, hier ist soweit ganz gut. Da hinten ist auf jeden Fall noch einer auf dem Dach, Digga. Da unten ist einer. Noch vier Teams. Ich glaub' jetzt kommen welche hoch. Okay, hier. Die müssen jetzt kommen, die müssen jetzt kommen, die müssen jetzt kommen, die müssen kommen. Soll ich hier mal Prezi hinsetzen? Ja, mach' da unten ist einer, 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 Vorsicht. Nein, Digga, scheiße. Ich hab' ein Team komplett ausgelöscht. Einer down. Was? Nein, die Zone hat mich geholt. Nein, Digga, die Zone, nein. Oh, schaff' ich das, bitte, schaff' ich das. Oh, komm schon. Alex, kannst du mich helfen? Schnell, 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 schnell. Hier, ich leg ihn dir, ich leg ihn dir, ich leg ihn dir, safe, safe, safe. Nein, 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 komm, 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 ich bin tot. Nein, lass, lauf, 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 schaffst du nicht. Scheiße. Oh, Digga. Ey, sind noch zwei Gegner. Drei, Entschuldigung. Äh, dieser, einer ist hinter uns. Komm schon. Zwei Gegner. Ein Gegner, ein Gegner, ein Gegner, ein Gegner. Jawohl! Da ist der Windhoff, Freunde. So muss das auch laufen. So, so spielen wir mit Teammates. Digga, Jungs, das war eine geile Runde. Also, ich, mit euch. Ja, war ein Joke, ja, du weißt doch, man muss mal. Man muss ja auch mal Zuckerbrot und Peitsche, kennst du das? Ganz entspannt, Zuckerbrot, Peitsche. So, jetzt kriegst du gleich wieder die Peitsche. So, in diesem Sinne, geh mir nicht auf den Sack. Er lässt auch deine Freundin für mich. Ja, ähm, auf jeden Fall, Poppa, vom Poppa dürfen wir uns auch verabschieden. Mega Runde, hat mega Spaß gebracht. Auch aus Zufall heute kennengelernt. Wie gesagt, Freunde, vielleicht treffen wir auch mal aufeinander. Ja, und das war's dann auch schon. Die Leute, die ich nicht erwähnt hab, die sind egal. War nur ein Joke, natürlich war Alex auch dabei. Hatten wieder mega, äh, mit mir auch von Win geholt. Mega Gameplay, hat mega Spaß gebracht. Freunde, wie gesagt. 3 Wins haben wir geholt, wobei für mich nur 2 zählen. Ja, weil du bei dem einen einfach nichts getan hast. Ähm, Freunde. Wir hören uns. So, meine Freunde, das war ein entspannter Abend mit Van Vyder und Alex. Äh, wir sind auf jeden Fall Mittwoch wieder da oder vielleicht auch morgen, je nachdem, gucken wir nach der Laune. Und wir dürfen uns auf jeden Fall ganz lieb bei den ganzen Followern bedanken, bei den Follows, also für die Follows. Und auf jeden Fall für die Donations, für die Bits, die gespendet worden sind, für die Subs und Abos. Also vielen, oder beziehungsweise für die Abos. Äh, vielen, vielen lieben Dank in diesem Sinne. Wir hören uns. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Lasst gerne ein Herz da. Und, wie gesagt, ich bin auf YouTube vertreten. Könnt ihr auch mal reinschneiden. Wenn euch die Videos gefallen, lasst mal gerne einen Daumen da. Aber ich würde auf jeden Fall mich freuen, wenn ihr auch ein Feedback da lasst, damit ich weiß, was sich verändern soll. Ich würde jetzt sagen, das war es erstmal von mir. In diesem Sinne, seid kein Dummi und nehmt ein Gummi.